Hallo und herzlich willkommen bei Fahrrad XXL Feld in St. Augustin. Heute zeige ich Ihnen unser Geschäft. Kommen Sie doch mit. Hier sind wir auch schon bei den Kinder- und Jugendrädern. Cooles Scooter, Longboards und Kinderanhänger für den Familienausflug dürfen natürlich nicht fehlen. Schauen Sie mal, hier wird gerade die perfekte Rahmengröße für ein Kind ausgemessen. Von hier aus kommen wir in den Cityradbereich mit gemütlichen Hollandrädern und Klassiker in modischen Trendfarben. Auf dem Weg zum perfekten Fahrrad wird zunächst einmal Ihre Rahmenhöhe ausgemessen. Hierfür steht Ihnen einer unserer über 100 Fachberater zur Seite. Vorsicht jetzt, wir kommen auf unsere Teststrecke. Hier ist immer viel los. Reiselustige Freizeitradler finden in unserer Trekkingradabteilung ihren zuverlässigen Weggefährten, den sie mit Packtaschen und weiterem Zubehör aufrüsten können. Kommen wir schon zu den E-Bikes. Es ist derzeit eine stark wachsende Warengruppe. Bei über 15 Marken finden Sie bei uns die Highlights unter den Elektrorädern. Ob Front-, Mittel- oder Heckantrieb, mit den E-Bikes geht Ihnen die Puste nicht aus. Schauen Sie mal, haben Sie schon mal so viele Fahrräder auf einmal gesehen? Bei uns stehen täglich für Sie rund 20.000 Fahrräder zum Testen bereit. Für Rückenwind mit Suchtpotenzial sorgen unsere E-Mountainbikes. Da wird garantiert jeder Berg zum Kinderspiel. Klein aber fein, unsere Faltrad-Auswahl. Jetzt kommen wir in den sportiven Radbereich. Willkommen im Paradies der Mountainbiker. Hier bedienen wir sieben verschiedene Einsatzbereiche von Cross-Country bis Down-Hood. Auf dem Rahmenhöhenmesser wird die perfekte Sitzposition auf dem Rennrad ermittelt. Bei den Rennrädern führen wir die breite Palette vom Einsteigerrad bis zum Vollcarbon-Modell. Bei all unseren Rädern führen wir Herren- sowie Damen-Modelle, damit niemand zu kurz kommt. In ganz NRW haben wir die größte Auswahl. Alle Räder können Sie selbstverständlich auf unserer 1 km langen Teststrecke Probe fahren. In unserem Heimsportbereich finden Sie das nötige Equipment für Kraft- und Ausdauertraining in den eigenen vier Wänden. Von hier geht es nahtlos über in den Bekleidungsbereich. Wo Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis zwischen modischer und zweckmäßiger Kleidung ihr perfektes Outfit finden. Auf unserer Veranstaltungsfläche finden regelmäßig Workshops und Themenabende statt. In der Bekleidung können Sie außerdem Handschuhe testen, Sportbrillen, können Sie auch im Windkanal prüfen. Und für die Sicherheit beim Radfahren finden wir für jeden Kopf den passenden Helm. Zum neuen Fahrrad darf natürlich auch der passende Radschuh nicht fehlen. Hier wird jetzt gerade eine Kopfumfangmessung vorgenommen. Über die Teststrecke hinweg kommen wir zu unseren Teststationen. Hier können Lenker, Sättel und Beleuchtung auf Herz und Nieren geprüft werden. Und damit Ihnen bei all den Pumpen, Griffen und Pedalen der Überblick nicht verloren geht, stehen Ihnen natürlich auch hier unsere Mitarbeiter mit Rat und Tat zur Seite. Action Kameras, Packtaschen, Schlösser, Lenker, Reifen, Schläuche, Fahrradträger und Kindersitze finden Sie im Bereich Tahle Zubehör. Auch an der Kasse ist Ihr Besuch bei uns noch nicht vorbei. Sollten Sie Ihr Wunschrat gefunden haben, stellen wir es natürlich noch gerne auf all Ihre Bedürfnisse ein. Eventuelle Wartezeiten vor der Werkstatt lassen sich wunderbar bei Kaffee und Kuchen im Café Velo verkürzen. Unsere Servicewerkstatt bietet verschiedene Leistungen im Bereich Reparatur und Montage. Hier wird nichts dem Zufall überlassen, jede Schraube wird noch einmal festgezogen. Wir hoffen, Sie haben alles bei uns gefunden. Fahrrad XXL fällt in St. Augustin. Erleben, testen, losfahren. Das war's fun. Bis zum nächsten Mal.